Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Opening machen. Heute geht es nämlich wieder um insgesamt sechs Paragon-Kisten. Und zwar habe ich vier im Inventar und dann noch, wenn es soweit klappt, wie ich mir das überlegt habe, nochmal quasi zwei über den Ruf, den ich jetzt hier noch vorgebunkert habe. Die sind ja leider seiengebunden, deswegen kann ich mir die jetzt noch nicht ins Inventar holen. Ja, und zwar haben wir erstmal eine Kiste von den Altgebundenen, die machen wir auf und haben Dienstabzeichen, aber da ist ja sonst nichts drin, können dann, jetzt muss ich mal gucken, nee, das wollte ich nicht abgeben, mir eine zweite Kiste von den Altgebundenen holen, die können wir dann eigentlich auch gleich aufmachen. Jetzt ziehen wir die hier bloß runter und haben wieder nur Dienstpedaillen drin. Und wenn ich das jetzt abgebe, dann müsste ich genug Ruf haben, genau, für eine dritte Kiste. Und wahrscheinlich wird auch die nichts beinhalten. Wusste ich's doch. So, jetzt haben wir unser Pech schon mal weggehauen. Und zwar habe ich jetzt noch drei Kisten, einmal vom Talanji-Expedition. Da war auch nichts drin, okay. Mal wieder kein Toy. Dann Zanallari-Imperium. Nächster Song, komm, jetzt muss ich aus den Valdonai verräten. Oh, jetzt da war was drin. Und zwar ein Toy habe ich rausgekriegt. Nice, zumindest ein Item. Das freut mich jetzt schon mal. Also, wir haben ein Frühstücksbuffet des Goldhauers. Und ich weiß nicht, was das macht. Wir werden uns das gleich mal angucken, würde ich sagen. Frühstückbuffet des Goldhauers. Ach, das ist ein Tisch, okay. Da kann man essen. Kriegt man... Achso, der Tag kann gut losgehen, steht da dran. Ja gut, aber das bringt dir... Ich dachte jetzt, das ist halt irgendwie so ein kleines Feast, was du quasi einfach so bekommst. Okay, aber du kriegst keinen Essensbuff dadurch, schade. Ich esse es jetzt mal komplett durch. Was haben wir da drauf? Ein bisschen Obst, ne? Naja, es haut mich jetzt nicht um. Ich dachte, man kriegt vielleicht irgendeinen coolen Buff davon. Schade, aber ich habe einen Toy mehr. Jetzt fehlt mir nicht mehr allzu viel. Jetzt können wir nochmal reingucken, was ich jetzt noch brauche. Moment, äh... Und zwar nicht gesammelt. Das war Zanelari Imperium, ne? Talanji Expedition. Das ist von quasi den Tortolanern. Die drei brauche ich noch. Vuldo Knife Vorräte. Das ist das zweite. Da gibt es anscheinend zwei Toys. Das ist von dem Achievement. Auch Tortolana. Dings, äh, hier von den komischen Münzen. Nordend. Und das war Prachtmäher, ne? Aber ich brauche jetzt leider immer noch alle Fraktionen, ne? Bei der Horde, weil es leider hier zwei Toys gab. Beziehungsweise, ich glaube, eins von den Vuldo Knife war Buggy. Ich weiß gar nicht, ob das schon droppen kann. Ob sie das nicht schon gefixt haben. Ich meine... Ich meine nicht, aber... Ja, cooler... Ja gut, eigentlich ist es gut, dass ich jetzt eins von den Vuldo Knife bekommen habe. Cooler wäre gewesen eins von den anderen. Dann hätte ich nämlich die Emissaries nicht mehr farben müssen. Aber gut, so ist das. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich endlich mal ein Toll drin hatte. Wieder eins weniger von der Liste. Jetzt muss ich halt noch vier mit der... Oder drei mit der Horde quasi. Ne, doch sind vier mit der Horde. Und, ähm, ja. Hier mit der Allianz noch eins. Beziehungsweise auch zwei. Ähm, mit den Tortolanern dabei. Gut, okay. Das war's mit dem kleinen Opening. Ich hatte es gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Teller. Bis dann. Ciao.